So deine Bastelzeit, heute mit einem kleinen Blick auf eine Software, die an vielen Stellen im Haushalt helfen kann. Hintergrund ist, dass ich mich, entgegen anderslautender Gerüchte, nicht ausschließlich von Zwiebeln ernähre. Tiefkühltruhr und andere Vorratsbereiche, die haben also durchaus so ein paar verschiedene Produkte, die dann natürlich auch unterschiedliche Haltbarkeitsdaten haben. Jetzt kann man zwar die meisten Sachen auch noch lange nach diesem Mindesthaltbarkeitsdatum da noch problemlos essen. Das ist ja ein Vorschlag und eine Garantie sozusagen, aber kein Verfallsdatum. Aber man muss es ja auch nicht darauf ankommen lassen. Lebensmittelverschwendung ist halt schlecht für die Umwelt und natürlich auch dann im Endeffekt für den Geldbeutel. Jetzt muss ich sagen, ich persönlich werfe relativ selten Zeug weg. Ich kriege das eigentlich auch so ganz gut hin. Also von diesen angeblichen 75 Kilo pro Jahr, die jeder Deutsche angeblich entsorgt, da bin ich sehr weit entfernt. Aber trotzdem, wenn ich es noch weiter reduzieren kann, wäre das natürlich cool. Und allgemein hatte ich ohnehin so ein bisschen den Bedarf, den Bestand so ein bisschen zu tracken. Hauptsächlich halt, um zu wissen, was noch da ist und dann Einkäufe besser koordinieren zu können. Denn, naja, hier auf dem Land ist halt mal schnell was kaufen nicht drin. Das heißt also, wenn irgendwas fehlt, dann fehlt es halt und ich kann nicht mal schnell irgendwie zu Fuß irgendwo hingehen und das gerade organisieren, sodass ich mein Rezept weitermachen kann. Also eine Lösung muss her. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit da selber was bauen, aber glücklicherweise hat mich da ein Kollege auf etwas aufmerksam gemacht und das nennt sich grossy. Ich muss allerdings auch sagen, es ist nicht das erste System in die Richtung, was ich nutze, denn ich hatte da schon mal den Versuch gemacht, eine fertige Software zu benutzen. Das ist hier unter Android, das nennt sich einfach Artikelverwaltung. Die Standardversion ist kostenlos und hier kann man jetzt schön sehen, okay, das hier sind die Orte, wo wir irgendwie was einlagern können und in Rotsee mal, wie viele Produkte sind da abgelaufen. Offensichtlich viel Abgelaufenes im Kühlschrank. Man kann auch per Barcode das Ganze machen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier irgendwie was scannen, ich hatte ja gerade auf Plus gedrückt und wenn wir jetzt hier etwas scannen, dann weiß er, okay, Produktspeisestärke hier zum Beispiel mit dem Barcode kann ich jetzt hier hinzufügen. Das funktioniert natürlich, aber mein Fall war es irgendwie nicht so ganz. Zum einen, ihr seht vielleicht, die Eindeutschung ist nicht so berauschend. Was für mich aber das größere Problem war, naja, es ist halt auf dem Handy lokal. Das heißt also mal schnell am PC irgendwie was ausführlicheres dazu schreiben oder so, war halt nicht drin. Trotzdem, sei mal erwähnt, es gibt da auch andere Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen einfacher sind, aber auch deutlich weniger Funktionen haben und nicht so frei sind. Grossy. Sich selbst bezeichnet das Ding hier als ERP für den Kühlschrank. Das ist eine Abkürzung aus dem Business-Umfeld Enterprise Resource Planning. Das beschreibt in Firmen, größeren Firmen halt die Systeme, die zum Beispiel das Inventar verwalten, aber auch so Sachen machen, wie die ganzen Workflows, die hinten dran sind, dann abbilden, sodass man da später die Abläufe nochmal nachvollziehen kann, weiß, was hat man womit, wie, mit welcher Methode und welcher Maschine produziert und sowas. Wenn wir das Ganze lang gucken, dann ist Grossy eine selbst gehostete Web-Anwendung zur Lebensmittel- und Haushaltsverwaltung. Okay, klingt schon mal gut. Zerlegen wir das mal. Web-Anwendung heißt, das Ding läuft im Browser, also zum Beispiel hier auf einem PC, dann eben Firefox, Chromium, Edge, Opera, was auch immer ihr da alles noch habt. Aber wenn es im Netz ist und zugreifbar ist, läuft es halt auch genauso, zum Beispiel auf einem Smartphone oder ähnlichen. Das heißt, man kann zum Beispiel irgendwie mit der Kamera vom Smartphone dann die Dinge direkt in der Küche erfassen oder gar direkt im Supermarkt, was natürlich sehr praktisch sein kann. Selbst gehostet heißt, dass man das Ganze selbst betreiben kann oder in jedem Fall eher muss. Mir persönlich ist sowas wichtig, denn bei solchen Dingen, die ich selber betreibe, da weiß ich, wo meine Daten liegen, wer da dran kommt und wie ich ein Backup davon bekomme. Allerdings ist es halt auch nicht für jeden etwas. Man hat natürlich da eine Menge Aufwand, den Server zu installieren, zu warten. Es gibt da ein paar Tricks, wie man das was einfacher machen kann. Aber es ist halt keine Sache, wo man einfach auf eine Webseite geht, sich registriert und es dann benutzen kann und die Daten dann irgendwie wem anders in die Hand drückt. Das Ganze ist weiterhin Open Source und auch freie Software. Das heißt, man kann es sehr einfach anpassen an die eigenen Anwendungszwecke und das ist natürlich dadurch auch kostenlos. Neben der Bestandsverwaltung, da gibt es noch jede Menge andere Dinge, die das Ding machen kann. Einkäufe erfassen ist klar, also den Bestand, aber auch zum Beispiel einen Einkaufszettel kann man verwalten, also Einkaufslisten. Es gibt Rezeptverwaltung, das heißt, man kann die ganzen Rezepte hinterlegen. Die sind auch alle dann miteinander verzahnt. Das heißt, also die Rezepte wissen, habe ich alle nötigen Zutaten in meinem Bestand eingetragen? Wenn nicht, soll ich die direkt auf die Einkaufsliste setzen? Solche Sachen zum Beispiel. Es gibt einen Speiseplan, wo man sagen kann, okay, an dem Tag mache ich das kochen, an dem Tag das, an dem Tag das. Das kann helfen, vorauszuplanen, wenn ihr auf Vorrat einkaufen wollt. Es gibt eine Hausgeräte- und Ausstattungsinventar. Hausarbeiten kann man erfassen, sowas wie, ja, habe ich den Müll schon rausgebracht, diese Woche muss das noch gemacht werden. Allgemein Aufgabenplanung oder auch halt komplett Dinge, die weit drehen. Zum Beispiel hier eine Akkuverwaltung, ob die Batterien aufgeladen sind, wo die sind. All diese Features lassen sich allerdings auch abschalten. Das heißt also, wenn man nicht alles braucht, macht man es einfach aus. Dann stört es jetzt auch erstmal nicht mehr. Prinzipiell bin ich jetzt kein Freud von hier solcher Software, wo alles in einem großen Paket drin ist. Ich bin da lieber jemand, der mit Modulen was sieht oder entsprechend separate Software, wenn es gar nichts miteinander zu tun hat. Aber hier kann man es, wie gesagt, wenigstens ausblenden. Das ist dann noch halbwegs vertretbar, denke ich. Also, wir wollen das Ganze jetzt haben. Wo kriegen wir das denn her? Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste, wenn man loslegen möchte, ohne viel tun zu müssen, das ist Grossi Desktop. Das ist eine Windows-Desktop-Anwendung. Das heißt, man lädt sich ganz regulär etwas runter, wie so häufig auf GitHub zu sehen. Und hier gibt es entsprechend entweder eine Setup-Datei, also klassische Setup-Exe oder das Ganze über den Microsoft Store, wo man es dann entsprechend daher beziehen kann. Technisch gesehen geht auch Grossi Desktop einfach nur hin und macht einen Webserver auf eurem Rechner auf, der dann in einem Vollbild-Browser da angezeigt wird. Für euch sieht es erstmal aus wie eine Applikation. Man kann es nicht aus dem Internet erreichen oder ähnliches. Und ja, so kann man es dann zumindest am PC benutzen. Aber wohlgemerkt, es läuft nur auf dem Rechner. Das heißt, dass solche Späße wie vom Handy aus Dinge tun, sind eher so nicht möglich. Die nächste Möglichkeit, das ist, wenn ihr Home Assistant oder genauer gesagt HASSIO laufen habt, dann gibt es das auch als Add-on. Das heißt, man kann einfach in Home Assistant gehen, das Ganze hinzufügen und dann kümmert sich euer Home Assistant einfach darum, dass alles installiert wird. Und am Ende hat man dann sein Grossi direkt in Home Assistant drin. Läuft direkt, muss man sich auch nicht um irgendwas kümmern. Das ist natürlich auch relativ komfortabel. Und da es in Home Assistant drin ist, sind die ganzen Sachen, die ihr da eingerichtet habt, so was externe Zugriffe und so angeht, dann auch automatisch möglich. Weitere Möglichkeit, es gibt einen Docker-Container. Ich lasse es mal so stehen. Es funktioniert prinzipiell mit Docker. Ihr wisst, was ich von solchen Containern halte. Ist halt ab und zu ein bisschen problematisch, weil dann manchmal die Container durchaus so ein paar Sicherheitslücken haben, die eigentlich schon gefixt sind. Und dadurch, dass es nicht über den Updater vom System läuft, ist es auf jeden Fall nicht das, was ich so, wenn es sich vermeiden lässt, benutzen möchte. Bleibt da noch eins, die manuelle Installation. Und das haben wir hier. Wir haben den Download und wir haben entsprechend den Install Guide, wo alles beschrieben wird. Wenn wir das hier so manuell installieren wollen, brauchen wir aber ein paar Voraussetzungen. Gehen wir mal in den Install Guide hier rein und hier sehen wir schon. Was benötigen wir alles? Oder zumindest grob. Wir wissen nämlich, es ist eine PHP-Applikation und ist web-based. Das heißt also, man braucht irgendeinen Webspace, einen Webserver, der Internetseiten hosten kann. Und das Ganze mindestens mit PHP 8.0 und standardmäßig SQLite 3.27.2. Wenn man so einen Webserver hat, dann ist es relativ einfach. Entzippen, die Config-Datei entsprechend anpassen, gucken, dass man ins Data-Verzeichnis schreiben kann und dann das Public Directory rausmachen, dass das von draußen erreichbar ist. Wenn man ein Engine X benutzt, dann sollte man diesen einen String hier noch einfügen. Der leitet im Prinzip alles nur auf diese Haupt-PHP-Datei um. Bei Apache müsste es automatisch funktionieren oder man kann es in der Config auch ausschalten. Dann sieht die Adressen nicht ganz so schön aus, aber es funktioniert auch direkt. Standard-Login ist Admin-Admin und das war's. Also klingt nach einem Plan. Ich suche mal einen Webserver und dann gucken wir mal, ob wir das selber hinkriegen. Also das klingt doch nach einem Plan und nicht ganz so schwer. Ich suche mal gerade eine virtuelle Maschine, wo wir es installieren können. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Falls ihr das Ganze schon gemacht habt, unten in der Beschreibung ist wie üblich ein Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ihr könnt dann einfach vorspulen. Also ich habe jetzt hier ein Debian-System, wie man unschwer erkennen kann, mit entsprechend PHP. Das ist zwar jetzt PHP 7.4, nicht PHP 8, wie es eigentlich gefordert ist, aber ich hoffe einfach das reicht so. PHP 8 ist leider in der aktuellen Stable noch nicht so drin. Wichtig aber, wenn wir hier gucken, SQLite ist anscheinend da. Hier haben wir PDO, SQLite und SQLite 3. Außerdem habe ich mal GD-Imaging mit installiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das brauche, aber ich meine mich zu entsinnen, dass das Ding Bilder kann. Dann kann das nicht schaden. So, also wie installieren wir das jetzt? Wir suchen uns einen Ordner, wo wir Dinge hinlegen können. Vorzugsweise außerhalb des Documenthood. Also wenn wir hier gucken, in HTML ist die Webseite, die wir jetzt sehen. Das ist die Test-PAP. Hier ist die Test-PAP. Das heißt, egal was ich jetzt hier hinmache, das wird nicht öffentlich zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich mache mir erst mal einen neuen Ordner Growsy. Und hier laden wir in diesem Ordner in diesem Ordner. Das kommt nicht am Ende raus. Das heißt also, es wird nicht Richtung Internet erst mal gepusht. Und ich selber bin jetzt hier unter www.war.www. Bei Debian ist es so, dass die Sachen in Richtung Internet publiziert werden, wie die Test-PAP. Die liegen da nochmal im Unterordner HTML. Das heißt also, egal was ich jetzt hier in www mache, das wird nicht öffentlich zur Verfügung gestellt erst mal. Das heißt, ich mache mir erst mal einen neuen Ordner Growsy. Und hier laden wir uns jetzt mal den Latest Release runter. Mal in Growsy.zip, dass die direkt richtig heißt. Die müssen wir jetzt entpacken. Das geht am einfachsten, indem man Unzip installiert und dann Unzip-Dateiname sagt. Alternativ kann man die Dateien natürlich auch über jeden beliebigen anderen Weg da hochbringen. Also zum Beispiel SFTP, FTPS, SCP, was auch immer ihr benutzt, um Daten auf euren Server zu bekommen. Am Ende muss es halt nur hier so aussehen. Minus die Growsy.zip, die brauchen wir natürlich nicht mehr. Wenn wir dann die Dateien da drin haben, müssen wir noch die Config entsprechend anlegen. Dazu kopieren wir die config-dist.php in den Data Ordner als config.php. Wichtig dabei im Übrigen der Data Ordner. Da liegen eure ganzen Userdaten. Das heißt, das ist das, wovon ihr am Ende ein Backup machen wollt. Und den ihr auch nicht mal eben löschen solltet, wenn ihr was ausprobiert. Dann ist halt alles weg. Also config.php gucken wir einfach mal rein. Wir sehen hier schon Mode ist Production. Language ist auf Englisch gestellt. Das können wir hier auch auf DE umstellen, wenn wir es lieber auf Deutsch haben wollen. Ansonsten gibt es hier jede Menge Sachen, die man einstellen kann. Zum Beispiel hier, was ist erster Tag von der Woche und so. Prinzipiell sind die Defaults aber ganz okay. Currency können wir natürlich mal auf Euro stellen. Das sind so Dinge, die man hier durchaus mal einstellen kann. In der Datei kann man im Übrigen auch diese ganzen Sachen deaktivieren, die ich eben gesagt habe. Diese ganzen Funktionen wie zum Beispiel das Batterietracking oder ähnliches. Oder auch so Sachen wie Price Tracking, wenn man das nicht haben möchte. Ich werde das jetzt alles erstmal hier so belassen. Das heißt Ende. Dann müssen wir natürlich noch gucken, dass das Data-Verzeichnis schreibbar ist. Wenn wir hier gucken, aktuell gehört das alles Root, weil ich als Root gearbeitet habe. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, ich glaube, www.data heißt der. Ja, sieht gut aus. Geändert in www.data. Jetzt kann auch unser Webserver darauf schreiben. Und ja, der Rest der Welt lesen ja passt schon. Muss man sich überlegen, wenn es ein Shared-System ist, ob man nicht bei anderen dann die Rechte wegnimmt. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt eine VM, die ich nur dafür aufgesetzt habe. Da passt das. Was noch nicht passt, das ist Thema Nginx. Und zwar, ich habe hier einen Nginx offensichtlich drauf. Haben wir eben ja eventuell hier schon irgendwo erst spät. Na doch, bei Server Software. Naja, irgendwo versteckt er sich hier schon. Den wollen wir natürlich ein bisschen anpassen. Wenn wir jetzt mal in ETC Nginx Sites Enabled gehen, dann sehen wir, da ist aktuell nur die Default drin. Das ist bei Debian wieder ein bisschen komplizierter, weil die mit diesen Sites Available, Sites Enabled arbeiten. Bei den meisten anderen Systemen gibt es einfach eine große Nginx.conf Datei. Da steht alles drin. Aber machen wir es der Debian-Way. Kopieren uns die Default als grossy. Wobei, ach komm, wir passen die Default an. Passt schon. Wenn wir hier reingucken, da haben wir schon einen fertigen Server-Block. Listen 80. SSL-Konfiguration sollte man eventuell konfigurieren. Also, sprich, HTTPS-Zertifikat anlegen. Zum Beispiel mit Let's Encrypt oder ZertBot ja heutzutage dann. Denn unter anderem gibt es einige Punkte, die funktionieren nur, wenn man HTTPS nutzt. Ansonsten sagen die meisten Browser, nee, das ist mir zu unsicher. Das lassen wir mal. Ich werde es jetzt erstmal ohne so ein bisschen machen. Kommen wir aber gleich zu. Wir machen hier noch die Index-PHP. Das habe ich wohl vergessen bei der Installation. Und hier ist es genau. Location, Schräger und der Root. So, der Root, das ist nicht mehr HTML, sondern das machen wir in grossy. Aber nicht direkt da rein, sondern grossy schräger Public. Das ist der Public-Bereich. Die Daten selber sind also nicht da, wo der Web-Server standardmäßig das ausliefert. Und was wollen wir noch machen? Wir wollen im Prinzip einfach nur noch diesen einen Block da rein machen. Und zwar ersetzen wir hier diesen Tri-Files. Schräger gegen das, was da in der Dokumentation drin steht. Dass er das auf die Index-PHP weiterleitet. Okay, müsste eigentlich alles passen. Dann speichern wir das mal. Machen einen Restart vom Nginx. Und theoretisch müsste jetzt hier eine 404 kommen. Jo, die Test-PHP gibt es ja nicht mehr in dem Ordner. Und auf der Standardseite sagt er uns direkt, ja, Intel sollten wir eventuell auch installieren. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass man das nicht direkt in der Anleitung reinschreibt, welche ganzen Module benötigt werden. Wie gesagt, auf den meisten Web-Servern wird so ziemlich alles, was an PHP-Modulen existiert, auch eingerichtet sein. Da hat man so Probleme dann eher nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade einfach nur das Ding auf die Schnelle installiert. Also müssen wir jetzt wohl noch ein bisschen Dinge nachinstallieren. Aber man sieht schon, die Fehlermeldungen sind halbwegs erkennbar. Also das sollte alles machbar sein. Haben wir sonst noch einen Kandidaten? Das sieht nach Nein aus. Er braucht schon was länger. Und, naja, der PHP-Bool ist aktiv. Also er macht was. Da sind wir doch. Das sieht doch gut aus. Wir sind jetzt auf einer Anmeldeseite. Und wir haben ja schon gesehen, Standard ist Admin-Admin. Geben das einfach mal ein. Und tada, da sind wir schon in Grossi drin. Was man natürlich als erstes machen sollte, ist hier oben sein Kennwort ändern. Sollte wohl klar sein. Machen wir hier mal ein sicher erzeugtes von Firefox rein. Und jetzt sind wir sauber. Jetzt sehen wir hier schon, auf der linken Seite haben wir ein entsprechendes Menü. Rechts die jeweilige Liste. Hier oben noch ein paar Einstellungen. Sowas wie hier Nachtmodus aktivieren. Wer es lieber dunkel haben will, natürlich. Und ja, können jetzt hier loslegen. Ein paar Sachen, die man vorher vielleicht gucken soll, ist die ganze hier Sachen, die man hier findet. Zum Beispiel so Bestandseinstellungen, Vorgaben, wo ist der Standardstandort und so. Die sollte man auf jeden Fall ein bisschen im Blick halten. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Nämlich mit den Stammdaten hier unten. Gehen wir mal von unten nach oben. Was man hier machen sollte, ist erstmal Standorte anlegen. Das heißt also, wo werden Dinge abgelegt. Standardmäßig ist hier Fridge drin. Also Kühlschrank können wir natürlich auch umbenennen. Kühlschrank. So. Und hier können wir noch viel mehr dann reinmachen. Das ganze System hier, das ist ein Werkzeugkasten. Wie man das Werkzeug benutzt, das muss jeder für sich selber mal ausprobieren und dann entscheiden. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt hingehen und kann hier sagen, okay, ich mache keine Ahnung Kühlschrank. Ich mache Regal und dann mache ich die Gefriertruhe. Ich kann aber auch hingehen und könnte sagen, okay, Kühlschrank Fach 1, Kühlschrank Fach 2, Kühlschrank Fach 3. Wenn ich es noch detaillierter haben möchte, ist dann natürlich mehr Wartungsaufwand für mich, weil ich muss das dann jedes Mal richtig da auch zuordnen. Ist mehr auszuwählen, kann in manchen Situationen aber helfen. Da muss jeder für sich selber abwägen, wie detailliert, wie viel Arbeit möchte ich da reinstecken und was bringt mir diese Arbeit. Für mich ist es natürlich wichtig zu wissen, wo das grob liegt, aber so Regale oder so, also in welchem Regalbrett das ist, ist für mich egal. Das heißt, wir machen mal Kühlschrank und dann machen wir, keine Ahnung, Gefriertruhe. Den können wir auch hier als Gefrierstandort anhaken. Das hat damit zu tun, dass dann die Haltbarkeit automatisch anders berechnet wird. Und ja, machen wir noch ein Regal dazu. Regal 1. Ist ja einfach nur zum Beispiel. Wenn wir die drin haben, dann gibt es noch weitere Sachen, die wir anlegen können, nämlich Geschäfte. Wo kaufen wir ein? Da machen wir hier, keine Ahnung, Biber Fachgeschäft und das Bastelland. Ja, passt schon. Zum Beispiel. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Das nächste, was es gibt, sind Mengeeinheiten. Standard ist Pack & Piece. Also Packung und Stück. Nennen wir die auch mal hier um. Dann haben wir es schön. Packung. Mehrzahl Packungen. Und was war das andere? Piece. Also Stück. Was ich dann noch gerne mit dazu mache, das ist Kilogramm. Kilogramm ist Kilogramm. So. Und ja, im Prinzip war es das. Man kann natürlich noch irgendwie andere Dinge da rein machen. Je nachdem, was man gerade braucht. Keine Ahnung. Bund oder sowas. Das wird mit der Zeit ohnehin wachsen. Je nachdem, was ihr da einpflegt. Das hier sind halt so Dinge, womit ich gerne starte. Das nächste, was es gibt, sind Produktgruppen. Das können so Oberbegriffe sein. Zum Beispiel, also sagen wir Gemüse und Kartoffelnudeln Reis. Einfach mal so als Beispiele. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Die restlichen Sachen. Hausarbeiten. Klar, Müll rausbringen und so. Batterien. Aufgaben. Das sind für andere Bereiche. Die werde ich jetzt nicht weiter groß hier zeigen. Mir geht es hauptsächlich um den Bestand erst mal. Und dann kommen wir zum großen Punkt Produkte. Man kann nur Produkte verwalten, die hier auch hinterlegt sind. Und auch hier gibt es verschiedene Arten, wie man es machen kann. Man kann hingehen und kann einfach sagen, okay. Sagen wir Reis. Beschreibung. Eine Packung Reis. Standardstandort. Können wir angeben, wo das normal liegt. Muss nicht in den Kühlschrank. Muss nicht ins Gefriervertrugel. Das heißt, das wird wahrscheinlich im Regal sein. Standardmäßig kann ich auch hinterlegen, wo ich es kaufe. Das muss ich nicht tun. Das macht es mir halt nur einfacher. Wenn ich sage, okay. Ich habe gekauft. Ich habe Reis gekauft. Und es ist eingetragen. Dann würde er das direkt schon mal alles vorausfüllen. Wir können einen Mindestbestand festlegen. Das heißt also mindestens man sollte eine Packung da sein. Dann gibt es hier geöffnete nicht das vorrätig behandeln. Das ist jetzt erstmal egal. Mindesthaltbarkeit oder Verbrauchsdatum. Bei Fleisch oder so, da ist ja meistens ein Verbrauchsdatum drauf. Das heißt, danach sollte man das nicht mehr essen. Wir können die Standard-Fertigkeitstage eingeben. Auch hier alles optional. Wenn wir hier hinterlegen zum Beispiel, dass das Ding standardmäßig ein Jahr haltbar ist, würde er sobald ich sage, ich habe Reis gekauft, das Haltbarkeitsdatum ein Jahr in die Zukunft legen. Muss man alles, wie gesagt, nicht machen. Also setzen wir es mal wieder zurück. Auch hier dann noch, wie lange ist es noch haltbar, wenn ich es geöffnet habe. Wie lange ist es haltbar, wenn ich es eingefroren habe. Wie lange ist es noch haltbar, wenn ich es aufgetaut habe. Kann man alles sehr detailliert einstellen. Natürlich auch, ob es nicht eingefroren werden sollte. Die Produktgruppe können wir festlegen. Und dann hier ein Bestand. Welche Menge ein Heidwerter benutzt. Ich habe ja schon gesagt, eine Packung Reis. Also machen wir Packung. Die ist sowohl im Bestand als auch beim Einkauf. Packung ist meistens nach meiner Meinung auch das Sinnvollste, das so zu machen. Einfach, weil man da besser den Überblick behält. TARA-Gewichtbehandlung, das ist alles sehr advanced. Das braucht man eigentlich alles nicht. Auch hier Kalorien kann man hinterlegen. Dann kann man automatisch für Rezepte ausrechnen, wie viele Kalorien diese gekochten Sachen haben. Solche Sachen. Machen wir erstmal hier Speichern und Fortfahren. Wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir ein paar neue Dinge. Sieht jetzt fast so aus wie eben, aber noch ein paar zusätzliche Sachen. Wir können Barcodes nämlich hinterlegen. Das ist sehr hilfreich, wenn ihr mit einem Handy arbeitet, mit Kamera. Oder auch eine PC-Webcam würde auch funktionieren, wenn ihr eine dran habt. Oder natürlich die Profi-Variante. Es gibt für so, ich schätze mal so 20 Euro oder so einfache USB-Laser-Handscanner für Barcodes. Das ist sehr genau, sehr gute Reichweite und damit kann man sehr einfach arbeiten. Die sind zwar nicht so toll, weil die nur 1D-Barcodes machen können. Also hier solche Strichcodes. Aber naja, in Deutschland benutzen wir EAN üblicherweise. Dafür sind die mehr als ausreichend. Wir brauchen ja dann keinen 2D-Scanner, der auch QR oder sowas erkennen kann. Also hier können wir dann Barcodes hinterlegen. Wenn ich zum Beispiel weiß, mein Reis hat den Barcode XYZ, trage ich den hier ein. Das heißt, ich kann ab dem Moment dann auch per Barcode den einbuchen und ausbuchen. Die Umrechnungen. Zum Beispiel weiß ich jetzt hier eine Packung, wenn ich die nach Kilo mache, ist das Faktor 1 und inverse. Das heißt also, ich kann das hier so reinmachen und jetzt weiß der, okay, eine Packung hat ein Kilo. Jetzt kann ich im Rezept auch hingehen und kann sagen, okay, ich hätte gern 200 Gramm Reis. Dann weiß er, dass wir, wenn wir dieses Rezept machen, eine Portion davon machen, dann haben 0,2 von dieser Packung verbraucht. So kann er dann automatisch auch hier den Verbrauch so ein bisschen tracken. Wir können ein Bild hinterlegen, wenn wir wissen wollen, wie das aussieht. Und ja, das war's zu den Produkten. Aber wie schon gesagt, das ist eine Möglichkeit, das so zu machen. Das ist jetzt aber relativ generisch. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, wie ich das zukünftig machen werde. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ich aktuell mache, das ist den Reis auch hier so anlegen. Allerdings nicht mit der Mengenumrechnung. Das heißt, ich gehe nochmal zurück hier zu den Produkten, lösche den Reis mal wieder. Zack, zack, weg damit. Und füge stattdessen hier Reis nochmal ein. Allerdings, ja, Regal 1 schon. Diesmal mache ich aber noch an, Mindestbestände von untergeordneten Produkten aufsummieren. Ihr seht schon, wo das hingeht. Und was ich sonst noch mache, ist, ja, die Produktgruppe können wir setzen. Mengeneinheit, aber diesmal Kilogramm. So. Speichere ich einfach so. Und jetzt habe ich hier mein Reis. Den benutze ich aber nicht. Sondern ich lege, wenn ich einkaufe, ein neues Produkt an. Sage jetzt hier Biber Eigenmarke Reis. Und hier mache ich die ganzen Infos rein. Das heißt also zum Beispiel Kochhinweise, Inhaltsstoffe und der ganze Kram. Das schreibe ich dann hier rein. Pflege entsprechend dann auch hier meinen Standort ein. Dann weiß jetzt hier, okay, das ist, was haben wir gesagt, Biber. Also ist das offenbar aus dem Biber Fachgeschäft. Und ja, die ganzen Sachen pflege ich dann hier. Hier mache ich das Ganze aber als Packung. Und speichern wir jetzt das Ganze. Jetzt mache ich eine Mengenumrechnung rein. Eine Packung ist ein Kilo. Wieder wie eben. Und dann, wenn ich das fertig habe, setze ich hier ein übergeordnetes Produkt auf Reis. Zack. Und ab jedem Moment weiß er jedes Mal, wenn ich hier in Biber Eigenmarke Reis was hinzufüge, dann zählt das zu Reis. Und ich kann in meinen Rezepten und so sagen, ich möchte Reis. Dann holt er dann entweder die Biber Eigenmarke Reis. Oder wenn ich jetzt vom Bastelladen auch noch Reis hätte, wüsste er, okay, eins von den beiden. Dann würde er zum Beispiel raussuchen, was davon hält sich denn am kürzesten. Ist ein bisschen mehr Aufwand zu pflegen. Allerdings für mich ist es besser, weil ich halt wie gesagt diese Kilogramm Sachen hier meistens noch mit rein mache. Einfach weil es für Rezepte und Rezeptplanung und so deutlich angenehmer ist. Und hier habe ich dann natürlich auch die Barcodes von dieser Eigenmarke hinterlegt. Und so pflege ich das dann da rein. Gut, sagen wir mal, wir haben jetzt hier unsere Biber Eigenmarke Reis gemacht. Machen wir noch einen Bastelladen Tomatensauce. Die kaufe ich nur beim Bastelladen, also lege ich ihn direkt ein. Übergeordnetes Produkt, blablabla blub. Das Ganze war mir im Kühlschrank auf, ist eine frische. Standardgeschäft ist Bastelland. Produktgruppe. Tomaten sind ja quasi Gemüse. Ich hätte wahrscheinlich noch irgendwie eine Gruppe irgendwie für Soßen oder so ähnlich. Das Ganze ist ja eigentlich ein Glas. Kann man auch wieder. Dann macht man Packung für alles oder macht man nochmal Unterscheidung in Glas. Für mich ist es irrelevant, deswegen heißt alles Packung. So, gespeichert. Und Mengenumrechnung, sagen wir mal, in so einem Glas wären ein halbes Kilo drin. Jetzt weiß er hier, eine Packung entspricht 0,5 Kilo. Ein Kilo sind zwei Packungen. Sollte, denke ich, soweit klar sein. Okay, jetzt haben wir zwei Produkte drin. Was können wir jetzt machen? Naja, wir haben den Bestand, der ist leer. Das heißt, wir müssen erstmal wahrscheinlich einkaufen. Gibt es hier an der Seite. Einkauf. So sieht das aus, wenn wir einkaufen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir klicken hier auf die Kamera und können dann das Ganze über die Webcam mit einem Barcode erfassen. Oder wir fangen ja an zu tippen. Das heißt also Reis. Wir sehen, hier schlägt jetzt alles vor, wo REI vorkommt. Unter anderem unseren Bastelmarken Reis. Wunderschön. Wie viel? Machen wir mal hier ein bisschen kleiner. Sieht nicht so schlimm aus. Machen wir mal eine Packung hätten wir gekauft. Fälligkeitsdatum. Wann ist es fällig? Sagen wir mal. Gute Frage. Sagen wir mal 2023. Und hier gibt es mehrere Arten, die man benutzen kann, um das Fälligkeitsdatum einzugeben. Das erste ist natürlich den Kalender. Wir können hier einfach reingehen und können dann hier irgendwie das durchklicken. Ich mache mal gerade wieder hell. Achtung Augen. So. Das ist nicht ganz so schlimm und wahrscheinlich besser zu erkennen. Also hier können wir es über den Kalender wählen. Eine Anteilative ist, wir können es im ISO Format eingeben. Also 2023, 2012, keine Ahnung, 11 oder so. Man sieht da schon, in zwei Jahren hat er ausgerechnet. Wenn wir ein bisschen Tipparbeit sparen wollen, können wir 2023, 2012, 11 am Stück schreiben. Das macht er automatisch. Wir können auch noch ein paar Kurzformen machen. Zum Beispiel 2023, 2012 e. Jetzt weiß er, letzter Tag von diesem Monat e. Ende vom Monat. Es gibt noch jede Menge andere. Guckt in die Doku rein. Es gibt auch Möglichkeiten, dann hier per Taste zum Beispiel Tag hoch, Tag runter zu machen. Aber ja, ihr seht, worauf das hinausgeht. So. Der Preis, den können wir natürlich auch eingeben. Entweder pro Packung oder Gesamt, wenn wir mehrere Stück kaufen. Wir hätten zwei Stücke gekauft und der Preis wäre 1,99 € gewesen. Ist gerade teuer irgendwie. Pro Packung oder Gesamt. Wenn wir Gesamt sagen, dann sagt er uns auch hier, das wäre 99 Cent pro Packung. Ne, das hier ist pro Stück. Im Biber-Fachgeschäft. Und wir haben es in Regal 1. Machen wir mal rein. Und jetzt machen wir noch die Tomatensoße. Haben wir einen von gekauft. Fälligkeitsdatum 2022, 8 e. Sagen wir mal zum Beispiel. Und Preis waren 99 Cent pro Packung. Bastelland. Haben wir im Kühlschrank. Okay. So. Jetzt sehen wir schon, hier hat er jedes Mal, wenn ich das gemacht habe. Ich habe hier so eine kleine Produktübersicht gemacht. Hier sehen wir nämlich schon die Basteltomatensoße. Davon habe ich ein Stück in meinem Bestand. Der ganze Bestand, den ich aktuell habe, hat einen Wert von 99 Cent. Standard ist Kühlschrank. Zuletzt gekauft. Wann? Zuletzt verbraucht. Noch nie war mir noch nichts verbraucht. Wir können den Preis sehen. Durchschnittlicher Preis und die durchschnittliche Haltbarkeit. Außerdem gibt es eine Verderblichkeitsrate. Das ist, wenn man die am Ende ausbucht, kann man sagen, okay, habe ich es jetzt zum Kochen benutzt oder habe ich es weggeschmissen, weil es schlecht war. Daraus berechnet er das. Dann ist dann wieder eine Frage. Braucht man es? Braucht man es nicht? Was ich ganz cool finde, ist hier die Preisentwicklung. Wenn man die immer wieder kauft, dann sieht man da nach einer gewissen Zeit, okay, Preis geht hoch, Preis geht runter. Kann man so ein bisschen ein Auge drauf halten. Daten und Diagramme sind ja immer etwas, was ich gerne habe. Wenn wir jetzt das hier haben, können wir zum Bestand zurückgehen und diesmal steht hier alles drin. Wir sehen hier, wir haben eine Packung Tomatensauce, wir haben Reis 0 Kilo, aber Summe 2 Kilo. Wo kommen die 2 Kilo her? Naja, er weiß, dass wir biegebar Eigenmarke Reis zwei Packungen haben und die zwei Packungen entsprechen jeweils einem Kilo, also 2 Kilo insgesamt. Das ist das, was man hier sieht. Wir können hier auch filtern. Das heißt, wenn ich jetzt hier RUI schreibe, wie beim anderen auch, dann zeigt er nur noch das an. Wir können hier oben schnell filtern, nur abgelaufene Produkte, nur überfällige Produkte, Dinge, die in den nächsten fünf Tagen weg müssen, Dinge, die unter Mindestbestand sind. Solche Sachen. Natürlich auch nach Standort. Zeige mir bitte nur das, was im Kühlschrank ist. Sollte, denke ich, klar sein. Nur Gemüse zeigen. Genauso. Und, last but not least, der Status, bald fällig abgelaufen, unter Mindestbestand. Diese ganzen Sachen. Für jedes dieser Dinge haben wir dann auch so ein paar Schnellsachen. Wenn wir hier im Bestand sind, wir können hier vorne sagen, verbrauche eine Packung. Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, wird direkt eine Packung Tomatensauce weggezogen, also als verbraucht markiert. Diese Eins, die kann man auch im Produkt einstellen, wenn man immer nur irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelpackung jedes Mal benutzt, kann man es auch da drauf stellen. Zweiter Button. Alles, was wir da haben, also in dem Fall eine Packung. Hier werden es zwei Packungen direkt verbrauchen, komplett. Und, last but not least, der letzte Button als geöffnet markieren. Wenn wir eine Packung anbrechen, kann man da drauf klicken und dann zeigt das entsprechend an. Machen wir das mal hier. Zwei Packungen. Eine ist geöffnet. Dieses geöffnet, hatte man eben auch gesehen, kann man dann hinterlegen, okay, wenn ich das öffne, dann geht die Haltbarkeit nicht mehr bis X, sondern eine Woche zum Beispiel. So kann man das dann auch noch ein bisschen genauer machen. Außerdem gibt es Punkte. Da kann man dann jede Menge Sachen machen. Zum Einkaufszettel hinzufügen. Einkaufen, Verbrauch, Umlagern, Inventur. Da kommen wir gleich zu. Nach Rezepten suchen, die das Produkt enthalten, kann man machen, wenn man die Rezepte gepflegt hat. Es gibt eine Produktübersicht. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Diese kleine Übersicht hier mit den Schnelldaten. Es gibt einen Bestandseinträge. Da sehen wir alles, was wir aktuell im Bestand haben. Das heißt also, wenn wir mehrfach gekauft hätten, hätten wir jetzt hier mehrere Einträge mit unterschiedlichen Datum, wann es gekauft wurde. Gegebenenfalls unterschiedlichem Haltbarkeitsdatum, unterschiedlichem Preis und so. Das wären diese Dinge. Außerdem ein Journal. Wann ist was rein und raus gekommen? Eine Zusammenfassung. Wir können es direkt bearbeiten. Oder den Grossi-Code herunterladen. Der Grossi-Code ist ja einfach nur ein Barcode, der im Prinzip das Produkt eindeutig identifiziert. Das ist dann ein Code, der immer gilt. Der funktioniert auch, wenn man nicht per Hand den Barcode, der zum Beispiel auf der Packung ist, hinterlegt hat. Ich denke, damit sind wir hier beim Bestand auch durch. Wir haben hier oben noch, wie viele Produkte waren, was die für einen Gesamtwert haben. Aber ja, lassen wir das erstmal. Bestand haben wir. Einkauf haben wir. Einkaufszettel brauche ich, denke ich, nicht viel zu zu sagen. Wir können es hinzufügen, wie viele und so weiter. Sagen wir, wir wollen noch irgendwie zwei Stück kaufen, speichern. Und Überraschung, wenn wir jetzt auf den Einkaufszettel gehen, haben wir hier drin stehen, wir sollten eventuell Tomatensauce zwei Packungen kaufen. Auch hier sehr viele Möglichkeiten. Man kann sehr viele, man kann unterschiedliche Einkaufszettel machen, kann die drucken und alles mögliche. Man kann, wenn man eingekauft hat, hier direkt klicken und als erledigt markieren oder das Ding direkt zum Bestand hinzufügen, dass er da weiß, okay, das habe ich jetzt gekauft. Also auch hier sehr, sehr viele Features. Immer dann die Frage, was man braucht, was nicht. Apropos brauchen. Es gibt natürlich auch Verbrauchen. Das ist im Prinzip dasselbe wie Einkauf. Wir geben ein, was wir haben. Zum Beispiel Reis. Wie viel wollen wir verbrauchen? Sagen wir eine Packung. Oder sagen wir mal, wir machen eine Viertelpackung. 0,25 habe ich eingegeben. Ist jetzt durch die Schriftart nicht so zu sehen. Und ja, wie gesagt, verdorben oder nicht verdorben. Wo holen wir es her? Bestandseintrag standardmäßig benutzt er erst das, was offen ist. Wenn nichts offen ist, das, was am kürzesten haltbar ist. Und ja, danach entscheidet er. Man kann aber auch hier übersteuern und sagen, okay, ich möchte genau das benutzen. Und man kann ein Rezept hinterlegen, wenn es für irgendein Rezept war. So, machen wir mal okay. Und tada, hat er jetzt verbraucht. Wir sehen, der Bestand ist runtergegangen. 1,75 Packungen haben wir jetzt noch im Bestand. 0,75 davon sind geöffnet. Der Bestandswert ist runtergegangen. Und ja, so können wir das entsprechend hier machen. Außerdem gibt es Umlagern. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir holen den Reis und machen den von Regal 1. Das ist ja unser Standardstandort. Machen wir die 0,75, also die angebrochene Packung. Die machen wir jetzt in den Kühlschrank, weil, keine Ahnung, bewahrt man Reis im Kühlschrank auf? Ich glaube nein. Am Ende ist jetzt der Reis im Kühlschrank drin. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf die Bestandseinträge gehen, dann sehen wir jetzt einen Eintrag hier, der im Regal 1 liegt. Inventur ist Inventur. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eine Packung fehlt mir, weil die habe ich irgendwann mal nicht eingetragen, kann ich hier das entsprechend korrigieren. Und der korrigiert dann den Bestand. Sollte klar sein. Machen wir noch das letzte, machen wir noch ein Rezept und fügen mal eins hinzu. Und was gibt es natürlich? Nudeln. Ach Quatsch. Nee, Quatsch. Nicht Nudeln. Ich habe keine Nudeln. Verdammt. Reis mit Tomatensauce. Portionen eine. So, glaube ich, können wir machen. Dann können wir ein produziertes Produkt hinterlegen. Das heißt also, wenn wir hier in unserem Stammdaten ein Produkt angelegt haben, Reis mit Tomatensauce, dann können wir ihm sagen, okay, das kommt dabei raus. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man irgendwie vorkocht, dass man sagt, okay, ich mache keine Ahnung, zehn Portionen direkt Tomatensauce mit Reis. Dann kann man das hier entsprechend so als Produkt anlegen und dann sagen, okay, das wandert dann direkt in den Kühlschrank oder Tiefkühltruhe oder sonst was. Dann haben wir hier die Zubereitung. Ich lasse es jetzt mal leer, weil eigentlich sieht das anders aus. Speicher und fortfahren. Jetzt kommen wieder die Details. Und ja, interessant. Okay, ich hatte eigentlich im Kopf gehabt, dass es da mehrere Punkte gibt, aber sagen wir mal, wir können jetzt hier unser Rezept reinmachen. Reis kochen, zwei Tomatensauce, drüber kippen. So, das ist schon mal ganz gut. Und was müssen wir natürlich sinnvollerweise machen? Eventuell die Zutaten pflegen, das könnte durchaus helfen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Reis. Jetzt ist die Frage, wie viel brauchen wir an Reis? Was ist eine gute Portion? 125 Gramm. Ich glaube, 125 Gramm sind gut. Also 0,125. Rest können wir auf Standard lassen. Okay. Und Tomatensauce. Machen wir mal 250 Gramm. Nicht Packung, sondern Kilogramm. Jetzt weiß er direkt, entspricht einer halben Packung. Okay. Kommt hin. Können wir jetzt so speichern. Und tada. Jetzt haben wir unser Rezept hier. Was können wir jetzt mit dem Rezept machen? Entweder wir können hingehen und das zur Planung nutzen. Das heißt, wir können hier sagen, okay, am Sonntag wollen wir Reis mit Tomatensauce. Eine Portion machen. Speichern. Dann weiß er jetzt, okay, da Reis mit Tomatensauce. Bestand reicht aus. Das zu kochen kostet uns 50 Cent. Der Wert stimmt leider nicht. Das ist noch ein kleines Problem, wenn man mit diesen untergeordneten Sachen arbeitet. Ihr seht eventuell die 50 Cent beziehen sich nur auf die Soße. Den Reis konnte er jetzt nicht berechnen. Ist ein bisschen unschön, aber so ist es jetzt halt. Und ja, hier gibt es dann auch entsprechend als erledigt markieren. Dinge in den Einkaufswagen legen, die noch nicht da sind. Oder auch hier alle Zutaten, die benötigt werden, aus dem Bestand entfernen. Machen wir das mal. Das heißt also, ja. Und jetzt hat das automatisch gemacht. Hat es als erledigt gekennzeichnet. Wir wissen, dass wir es gekocht haben. Und im Bestand überraschenderweise haben wir jetzt noch eine halbe Packung Tomatensauce. Und 0,625 Packungen an Reis. Auch hier wieder etwas, was man sicher noch irgendwann mal verbessern könnte. Die sind nämlich nicht als geöffnet gekennzeichnet worden. Passt schon. Eine halbe Packung weiß ich, dass es geöffnet ist. Alternativ kann man natürlich auch über die Rezepte gehen. Wenn wir hier in die Liste reingehen, sehen wir auch hier für jedes Rezept. Reicht der Bestand aus oder nicht? Wie viele Portionen sind gewünscht? Und wir sehen dann auch hier nochmal die leider immer noch falsch berechneten Kosten. Die Kalorien, wenn man sie eingetragen hätte. Und ja, entsprechend natürlich geht das dann hoch. Wenn wir hochgehen, für zwei Portionen nicht ausreichend im Bestand. Eine Zutat fehlt. Ja, wir haben nicht genügend Tomatensauce, um zwei Portionen zu machen. Ja, Pech gehabt. Und wenn wir das haben, gibt es auch hier die Möglichkeit, alles an Zutaten direkt abzuziehen. Da muss man nicht alles einzeln in Verbrauch eintragen. Wir können hier alles, was fehlt, auf den Einkaufszettel setzen. Das heißt also, wollen wir jetzt eine Tomatensauce kaufen. Auch macht Sinn, ne? Fürs nächste Mal. Und ja, drucken und so geht natürlich auch. Ja, ich denke, ihr habt gesehen, wie man das Ganze da jetzt hier zusammenbasteln kann. Wie gesagt, gibt noch wesentlich mehr, wie halt hier Hausarbeits-Tracking oder Batterieladezyklus und ähnliche Sachen. Überlasse ich alles euch, das mal durchzuspielen. Ihr habt ja gesehen, es gibt online eine Demo. Das heißt, wenn wir online auf Grossi Info gehen, einfach mal auf Demo klicken. Da kann man auch selber schon mal rumspielen und dann entsprechend mal ausprobieren, wie das aussieht. Eventuell auf Deutsch stellen. Dann hat man wahrscheinlich mehr Chancen. Hier sieht man auch schon, wie das so gefühlt aussehen kann. Wir haben hier etwas, was hell ist. Das ist, weil da Dinge fehlen. Zum Beispiel hier die Gurke und so. Die sind grau, weil die vor zwei Tagen abgelaufen sind. Hackfleisch in rot, weil das überfällig ist. Darf eigentlich auch nicht mehr benutzt werden. Dann haben wir hier Dinge, die in gelb sind, weil sie demnächst ablaufen. Aber wir sehen hier auch entsprechend das da, das auf dem Einkaufszettel steht. Auch bei den Rezepten sieht man jetzt hier jede Menge Sachen. Man kann auch eine Galerie machen, wenn man da Bilder hinterlegt hat. Speiseplan sieht dann auch entsprechend voll aus, wenn man Bilder drin hat. Und genauso sieht das dann in ganzen anderen Bereichen aus. Wenn da einmal Leben drin ist, dann sieht das schon deutlich besser aus. Wenig überraschend habe ich Grossi natürlich auch für mich schon im Einsatz. Wie man eventuell erkennen kann, ist da schon ein bisschen mehr drin. Aktuell 220 Produkte jetzt im Bestand hier. Hinweis im Übrigen an der Stelle. Es gibt natürlich auch Handy Apps wie Grossi Android oder wie war das andere hier? Pantry Party sowie Grossi Mobile, sodass man es direkt vom Handy machen kann. Die sind teilweise ein bisschen eingeschränkt, aber gerade so dieses Einkaufen oder Entnehmen per Barcode klappt dann natürlich sehr schön. Und wie gesagt, selbst am PC kann man jetzt hier beim Einkauf, wenn man möchte, auf die Kamera klicken. Dauert dann einen kleinen Moment, wollen wir das erlauben. Und wenn wir das Webcam Cover aufmachen, dann können wir jetzt offensichtlich hier keinen Barcode in meinem Gesicht sehen. Gucken wir mal, haben wir hier einen. Und da habe ich doch glatten Barcode gefunden. Halten wir den mal in die Webcam. Überraschung, er erkennt es. Und jetzt sehen wir hier schon, er hat ausgefüllt. Ist jetzt Mehl. Kann jetzt hier entsprechend das Ganze in Gramm hinterlegen. Okay. Aktuell wahrscheinlich 25 Euro pro Gramm. All die wegen mir, Vorratskammer und Etiketten. Achso, Etiketten ist auch so eine Spezialfunktion, die man dazu machen kann. Wenn man einen Etikettendrucker hat, kann man automatisch eigene Etiketten mit diesem Grossi Code ausdrucken. Das ist zum Beispiel für Dinge, die keinen Barcode direkt ab Werk haben, ganz sinnvoll. Und ja, im Prinzip können wir das jetzt hier einkaufen. Und jetzt ist es auch in unserem Bestand drin. Nun gut, ich denke, ihr seht, dass es ganz hilfreich sein kann. Gerade sowas wie mit Rezepten schon mal vorher gucken, ob alles da ist. Oder auch einfach bei Hand vorher gucken, ob alles da ist. Sodass man dann nicht plötzlich ohne Essen hier steht. Oder auch halt wie hier sieht, okay, in zwei Tagen haben wir noch 15 Eier, die ablaufen. Vielleicht sollte ich jetzt irgendwie einen Eierkuchen machen oder sonst irgendwas. Und das Ding nicht schlecht werden lassen. Am Ende ist natürlich immer eine Frage. Braucht ihr es selber für eure Sachen? Ist es für euch sinnvoll? Ist es euch die Arbeit wert? Muss jeder, wie gesagt, für sich selber entscheiden. Für mich ist es das wert. Einfach dadurch, dass Einkaufen hier ein bisschen komplizierter ist. Und ich ohnehin gerne Dinge dann noch habe. Ich habe bei mir auch schon die ersten Sachen dran geflanscht. Zum Beispiel, wenn ich einen Barcode scanne, der ja nicht erkannt wird. Dann wird bei mir automatisch von der Webseite von dem Laden, wo ich kaufe, das automatisch ausgefüllt mit Namen und Zutaten und so. Das habe ich da schon mal dran gebaut. Und solche Sachen sind halt dank Open Source relativ einfach möglich. Mir persönlich gefällt das ganz auf jeden Fall deutlich besser, als das, was ich da vorher als reine Handy App benutzt habe. Einfach, weil ich es auch am PC mal komfortabel eingeben kann, weil ich eine Datenbank dahinter habe, wo ich mich dran flanschen kann. Ihr habt ja gesehen, ich habe noch so uralt Barcode Scanner. Das ist dann natürlich eine schöne Sache, so was da rumliegen zu haben. So oder so? Aktuell habe ich nichts, was bei mir ist. Okay, ich ziehe zurück. Ich habe nichts, was abgelaufen ist, wo ich nicht weiß, dass es abgelaufen ist. Also offensichtlich tut das Ding, was es soll. Ich habe nichts, was ich mir vor. Ich habe die Lastung nicht immer noch, wo ich mich versuche, wo ich nicht das mal machbare, wo ich in der Kirche dritte fence habe, wo ich mich versuche. Und jetzt muss das Ding mit dirigend sein, ich wäre mich schmerzen, so wie ich es nicht mit dem dünnen, wo ich mich versuche. Vielen Dank.